Hallo und herzlich willkommen liebe Foto-Freunde zu einer neuen Foto-Freunde-Folge. Heute leider aufgrund Krankheit von Valentin ohne Valentin. Nichtsdestotrotz wird es heute sicher auch wieder spannend, denn ich stelle einen Fotografen vor. Bleibt also dran. Der Fotograf, den ich euch heute vorstellen möchte, ist niemand geringer ist als Helmut Newton. Geboren als Helmut Neustädter am 31. Oktober 1920 in Berlin, hat er mit 16 Jahren bei der Modefotografin Else Ernestin Neuländer, Simon, besser bekannt unter dem Namen Yves, eine Ausbildung zum Fotografen begonnen. 1938, ihr wisst, die NSDAP-Regierung hat immer mehr Maßnahmen gegen Juden vorgebracht, fand er da aus, überträumt geht er nach Singapur und dort arbeitet er erstmal als Fotoreporter für die Straits Times. 1940 geht er dann nach Australien und 1946 öffnet er sein eigenes Fotostudio und lernt auch seine Frau June kennen, eine Schauspielerin, aber die arbeitet in dem Fall auch gerne als Model für ihn im Studio und hilft ihm auch in der Dunkelkämmer. Sozusagen als Foto-Freunde bzw. Foto-Ehepaar. Hier organisiert er seinen Namen zu Helmut Newton und arbeitet erstmal im Auftakt. 1956 wird er dann von der australischen Vogue engagiert und arbeitet fortan mit Henry Taubert zusammen in einem gemeinsamen Studium in Melbourne. Auch 1986 macht er eine Europareise mit seiner Frau und bekommt in London von der britischen Vogue ein Angebot für ein Jahr, das er zunächst annimmt, aber damit er zurückgeht, war es ihm dann doch nicht so gut in London gefällt. 1961 bekommt er dann von der französischen Vogue ein Angebot, das er und seine Frau annehmen bzw. er und seine Frau ziehen dann nach Paris, in die Hauptstadt der Mode, was natürlich für den Weg der Modefotografie recht wichtig ist. Dort emanzipiert er sich immer mehr als Künstler, wird auch in mehreren Magazinen dann veröffentlicht bzw. darf dann für mehrere Magazine fotografieren und wird dort auch immer mehr von der gegenwärtigen Kultur, also auch der Bürgerrechtsbewegung, die sexuelle Revolution, auch von Filmen jetzt hier im Fall in den 60er Jahren, so auch Hitchcock. Fellini inspiriert, geht dann immer mehr auf diese Meta-Ebene, aber auch dem Spond gefällt ihm anscheinend ganz gut. In Paris wird er sich jetzt erstmal der Modefotografie, wird ja auch von der Vogue und Konsorten engagiert und er fotografiert außen wie innen. Innen, da hat er ganz gerne irgendwelche exklusiven Hotellobbys, irgendwelche super fancy Restaurants. Im Hintergrund ist er immer so ein bisschen shiny, ein bisschen surreal, irgendwie nicht aus der normalen Welt gehoben, passt aber auch zu der Rotkultur-Mode, die er auch oft fotografiert hat. Hier in dem Beispiel, was ich jetzt als Erste zeigen möchte, auch so seine erste bekannte Veröffentlichung, da ist es auch ein sehr Meta-Ebenen-Raum, aber das liegt daran, dass er sehr viele matteverspiegelte Spiegel an den Wänden hat. Aber seht jetzt mal selbst. Hier seht ihr jetzt vier Bilder von Helmut Newton, da durfte er Entwürfe vom Moddesigner André Courrecq belichten. Und was gleich auffällt, ist einfach, das sind diese matten Spiegel an der Wand, die auch etwas verbeult sind und dadurch einfach so einen surrealen Raum bilden. Also man sieht nicht so klare Raumgrenzen, man sieht auch irgendwie, man sieht zwar diese Person hier in der Mitte, dadurch sieht man sie auch gefühlt irgendwie schärfer dadurch, dass nur die Person in der Mitte klar zu erkennen ist. Es wirkt aber alles so surreal, also man weiß nicht so, wo hört jetzt der Raum an, wo fängt er an, wo ist das überhaupt, welche Zeit, das ist auch sehr zeitlos für sich. Sicher auch inspiriert aus den 20er Jahren, ihr kennt ja sicher auch den Film Metropolis, aber habt schon mal von ihm gehört, von Fritz Lang, einer der bekanntesten Filme aus der Zeit. Und da gibt es ja auch dieses Thema, dieser Verdoppelung, dieser Verwandlung, dieses Maschinen, bisschen surreal, einfach irgendwie aus der Welt einfach. Und das ist hier, finde ich, sehr schön zu erkennen, aber dadurch, dass halt so dieses wabernde, warum ist dieses Suriale, sieht man, finde ich, diese Entwürfe eigentlich ganz gut. Man konzentriert sich ganz gut und es hat diesen Effekt eigentlich wie eine Tiefenunschärfe. Bleiben wir gleich bei der Modefotografie und gehen hier in das Bild Essence oder Essence aus dem Jahr 1970. Und was fällt einem auf? Diese fünf jungen schwarzen Frauen, sie bewegen sich, sie kommen auf einen zu, es ist Energie drin, da ist irgendwie das Aufbruchsstimmung drin. Die Frauen in der Mitte hat ein Megafon, es wirkt aus, ob hier protestiert wird, ob irgendwas hier, die ging gleich hier in Paris auf die Barrikaden, irgendwas wird hier, wird verändert. Und ganz im Sinne der Zeit, der Bürgerrechtsbewegung, könnte das ja auch einfach eine Fotografie, eine Street-Fotografie aus diesem Moment sein. Ist es aber nicht. Es ist einfach ein, oder fast einfach, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen böse gesagt. Es ist ein Bild für Yves Saint Laurent, kommerziell in Auftrag gegeben, aber von Helmut Newton mit einer politischen Aussage versehen. Und das hat Helmut Newton gerne gemacht. Er hat gerne irgendwie, auch wenn es irgendwie auf den zweiten Blick erst ist, gerne mit Konvention gebrochen. Manchmal aber auf den ersten Blick, er hat auch gerne einfach mal in seinen Bildern als Fotograf interagiert. Das können wir nachher in dem Beispiel auch gleich sehen. Und hat dadurch Kommerz und Kunst etwas näher bringen wollen. Und auch seine eigenen Gestaltungsmöglichkeiten hat er dadurch immer weiter ausgebaut. Bleiben wir auf der Street, besser gesagt auf der Rue Aubreau und schauen uns eines der bekannteren Bilder von ihm auch an. Passendweise heißt es auch Rue Aubreau und das wurde in Paris der Stadt der Marais fotografiert. Da hat er auch bekämerweise hier gewohnt. Im Hintergrund sieht man das Haus, in dem Helmut Newton gewohnt hat. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen jetzt die Frau hier, kurze Haare, Rosenanzug, Zigarette in der Hand, Hand in der Hosentasche. Wirkt sehr stark, wirkt sehr modern, wirkt sehr selbstbewusst. Aber im zweiten Schritt fällt er auf, es ist ja eine Gasse. Und warum steht jetzt diese Frau nachts? Also sieht man ja, dürfte nachts sein mit den Lichtern an und der Himmel sieht dunkel aus. Warum steht die Frau jetzt hier nachts in der Gasse? Was macht sie dort? Und da kommt jetzt wieder so ein bisschen dieses Spiel mit Gegensätzen von Henry Newton rein. Es könnte hier so ein bisschen auch Prostitution angesprochen werden. Es könnte aber auch einfach so eine sehr moderne, selbstlose Frau aus den 20er Jahren sein. Man weiß es nicht genau. Was man auf jeden Fall auch in dieser Bildkomposition bemerkt, ist so eine Dramatik. Man hat harte Schatten. Es ist so ein bisschen, man hat eine sehr starke Gestik. Auch die Mimik ist in dem Fall sehr klar. Man sieht auch hier im Gesicht den schönen Schattenwurf. Er arbeitet dann so ein bisschen mit Elementen, die er sich von Hitchcock abgeschaut hat, um hier so ein bisschen Spannung und Drama, ihr kennt ja Hitchcocks Horrorfilme, mit reinzuwirken. Auf mich wirkt es auf jeden Fall sehr dramatisch. Aber es handelt sich mal wieder nur um eine Modestudie für Yves Saint Laurent. Könnte aber auch eine top aktuelle Gender-Studie sein. Anfang der 70er Jahre reist Newton dann in die USA und fotografiert in New York, in Miami, in Los Angeles. Letzterals gefällt ihm so gut, dass er dann auch einen Teil seines Wohnsitzes dort hin verlagert und mit seiner Frau June die ersten Monate des Jahres immer dort wohnt. Im Jahr 1971 hat er dann bei einem Modestuding einen Herzinfarkt und beschließt, daraufhin nur noch Sachen zu machen, die ihm wirklich Spaß machen und gefallen. So geschehen hat er dann auch im Playboy seine ersten Actionfotos veröffentlichen dürfen, die aber nicht ganz so experimentell ausfallen wie seine Bilder für die Vogue. Auch veröffentlicht er seine ersten Bücher, 1975 Wild Women, 1978 Sleepless Nights, hat seine erste Fotoausstellung in der Nikon-Galerie in Paris. Übrigens auch Helmut Jutten hat sehr gerne Nikons verwendet, man sieht es auch öfter in Selbstporträts oder in sonstigen Spiegelungen bei Fotografien. Insgesamt waren die 70er Jahre bei ihm sehr produktiv. Neben den Modestudings durfte er zum Beispiel auch Reportagen machen. Für den Stern hat er zum Beispiel eine Reportage über seine Heimatschef Berlin gemacht. Aber auch in der Aktfotografie konnte er sich weiter profilieren und mit den Büchern, die er auch immer herausgebracht hat, wurde er immer bekannter. Und der Name Helmut Newton wurde dann über die Grenzen der Szene hin immer, 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 immer bekannter. 1981 hat er beschlossen, Paris zu verlassen und da gab es noch mal eine große Abschiedsausstellung, die Gronue, Fotografie 2080, 2081 hieß. Und dort hat er seine aktuelleren Bilder ausgestellt. Das waren unter anderem die Grand Nudes, das waren lebensgroße Aktbilder, aber auch die Dressed and Naked Serien. Das hat er auch entwickelt, dass er Models, nachdem sie ein Modeschutting gemacht haben, doch gebeten hatte, sich auszuziehen und die gleichen Posen in nackt noch mal zu vollführen. 1982 ist er dann aus Paris weggegangen und ist nach Monte Carlo umgezogen. Ja, Aktfotografie ist bei Helmut Newton auch ein wichtiges Thema und großer Bestandteil seines Werkes. Hier vielleicht als kleine Anekdote, wie ich zu Helmut Newton überhaupt kam. Ich war mal in den Pfingstferien bei meiner Oma in Berlin und eines Tages fragt sie Felix Wüstow in einer Newton-Ausstellung. Und ich dachte natürlich an den Physiker Isaac Newton und dachte so, ja, cool, Physik. Ich war naturwissenschaftlich interessiert, das Kind. Yay. Und dann fahren wir zum Berliner Zoo, also S-Bahn und dann ist dort das Fotomuseum, in der dann auch die Ausstellung der Helmut Newton Foundation ist. Und dann sieht man ja schon gleich, wenn man reingeht, erstmal nackte Frauen, was überhaupt nicht unangenehm war. Und meine Oma, DDRlerin, FKK-affin, geht da voll interessiert rein und ich, boah, es war so unglaublich unangenehm. Ich bin einfach nur froh, dass ich da über Leben wieder rausgekommen bin. Und vielleicht hat es ja auch mein Interesse an Helmut Newton gepfacht, aber glaube ich eher nicht. Das kam später. Motivisch ist er neben dem klassischen Akt auch ganz gerne in Richtung Fetischismus und auch Sadomaso gegangen, unter Belegung seiner Frau June. Sein Fable für Fetischismus, wenn man es so nennen möchte, ist ein bisschen hochgeschoben wahrscheinlich, hat er aber auch in Modefotografien ein bisschen eingebracht. Er hat so gut wie in allen Modefotografien, wo man auch über die Füße von Frauen sieht, schwarze Highheels verwendet und hat sehr viel Augenmerk darauf gelegt. Denn seiner Meinung nach haben diese Highheels die Beinmuskulatur, schön betont, natürlich auch im Akt. Aber auch in der Modefotografie verändert es sicher die Haltung der Person. Hier auf dem Bild, das ich euch jetzt nicht zeigen werde, weil das halt mit YouTube so ein bisschen blöd ist mit nackten Frauen. Aber ihr könnt mal schauen, ob ihr es selber findet. Aber ich werde es auch hoffentlich gut genug beschreiben. Heißt Seth Poetry with Wife and Models, 1981 in den Pariser Studios der Vogue entstanden. Und die Situation ist so, man sieht im Hintergrund einen Spiegelkörper groß. Man sieht seine Frau June dort sitzen, sehr professionell interessiert auf das nackte Model schauend. Man sieht das Model unscharf links im Vordergrund. Aber man sieht es natürlich scharf voller Körpergröße in der Spiegelung und hat natürlich auch scharf fokussiert. Was man aber auch sieht ist, der Spiegel ist übrigens Bild parallel zu seiner Kamera aufgestellt, sieht man auch Helmut Newton schön mit Trenchcoat. Er hat sich ja selber auch auf das Voyeur gesehen. Irgendwie wirkt das auch so ein bisschen nach Trenchcoat Voyeur. Und da schaut er in so eine Zweiäuger rein. Ich würde mal vermuten, das ist ein Rollerflex. Und fotografiert die Szene. So irgendwie komisch auf den ersten Blick oder auf die erste Erzählung. Das sei mag, dass da seine Frau sitzt und die ganz interessiert da steht und diese nackte Frau anschaut. Die nackte Frau übrigens mit schwarzen Haies. Und Helmut Newton da durch seine Zweiäuger schaut. Man sieht eigentlich sein Gesicht, man sieht bloß diesen Trenchcoat. Umso witziger ist die Auflösung mit diesem Ganzen. Also June denkt, sie ist gar nicht in diesem Bildausschnitt drin. Sie kam eigentlich nur, um Helmut Newton zum Mittagessen zu holen. Man sieht auch ganz hinten rechts in diesem Bild, das sieht man auch so ein bisschen die Äußere, in einem anderen Raum von der Vogue, der dann wieder ein bisschen zivilisierter aussieht als nur dieser Spiegelraum. Und Helmut Newton fotografiert. Der Plot ist an dem Ganzen. Helmut Newton ist das Model in dem Ganzen. Er hat nämlich von der Luomo Vogue aus Mailand, der italienischen Männervogue, würde ich mal dem Namen nach entsprechen, vorher gab es eine Aufsage bekommen, eine Bilderserie bei Regenmetall zu machen. Da hat er sich halt auch selber als Model mit dem Trenchcoat eingesetzt. Was natürlich irgendwie nicht auf den ersten Blick klar wird, aber wenn man das natürlich so, dass er auch veröffentlicht in der Luomo Vogue, wahrscheinlich dann auch ein bisschen mit dem Kontext verständlicher macht. Was auch in dem Bild der Fall ist, ist Helmut Newton, wie er es gerne auch in anderen Bildern mal gemacht hat, dass auch er als Fotograf auch in seiner Tätigkeit zu sehen ist. Aber man sieht ja auch sein Gesicht nicht, dass er eigentlich zurückgenommen ist, aber irgendwie auch trotzdem da ist. Es ist so eine ganz interessante Interaktion, auch zwischen Fotograf und in dem Fall auch dem Model. Wie ich ja schon gesagt habe, hat Helmut Newton auch ganz gerne sich vom Kino spielen lassen. Film war ein bisschen düster. James Bond, so ein bisschen militärisch, hat er auch in den 60er Jahren ein paar Modefotografien gemacht. Dann aber auch Hitchcock-Filme, dieses Dramatische. Dann aber auch die Novelle Vague, so ein bisschen avantgardistischere, filmexperimentellere Sachen. Zum Beispiel auch aus den 20er Jahren Fritz Langens Metropolis, auch schon erwähnt. Hat er auch sich von Socrates Tarantino, seinem Pulp Fiction, inspirieren lassen. Und in dem Beispiel, was ich jetzt aber auch für seine Porträtfotografie anführen will, hat er sich auch inspirieren lassen. Wie gesagt, Helmut Newton hat ja so drei Themen. Mode, Porträt und Akt. Mode und Akt haben wir schon durch. Jetzt kommt Porträt. Okay, und wenn ihr jetzt hier das Bild aufgenommen, in Metau 1992 an der Côte d'Azur mit Claudia Schiffer, die übrigens schon seit Ende der 80er Jahre kannte von einem Werbeschuldigen für eine österreichische Baumarkette und seitdem her sehr gerne und sehr oft mit ihr auch weiter zusammengearbeitet hat. Im Hintergrund sehen wir unscharf grüne Lichter und auch rote Rücklichter von einem Auto. Im Vordergrund ganz prominent. Claudia Schiffer lehnt mit dem rechten Arm an der Wand in Schieflage. Und ihr Kopf ist auch so ein bisschen nach vorne, dieser Kisskin nach vorne, der Hals nach hinten rechts gestreckt, wirkt eher etwas unnatürlich. Selber aufgemacht ist sie mit ihrem blonden Haaren und diesem roten, sehr Découté-feil zeigenden Kleid. Ganz anders als das Bild, das wir vorhin gesehen haben, das Rue Aubriot. Hier haben wir so eine klassische Hollywood-Schönheit aus den 40er Jahren wie so Marilyn Monroe. Und das zeigt so ein bisschen wieder die Verbindung des Helmut Newton auch ganz gerne so europäisch. Also hier Claudia Schiffer mit amerikanischem, also Marilyn Monroe Hollywood, verwenden möchte. Und auch hier ist dann durch dieses rote Kleid zusammen mit diesen grünen Lichtern, die im Hintergrund verschwommen sind, auch dieser grüne Schimmer hier über den Haaren, haben wir so diese psychologische Wirkung, die er sich von David Lynch abgeschaut hat. Also es wirkt so, als ob man hier Claudia Schiffer auf einem Weg nach einer Partynacht, vielleicht auch ein paar Drogeninterests, auch ein bisschen Alkohol, hier irgendwie so kurz aufgenommen hat und dann weiß man, in zwei Minuten geht sie weiter und stolpert weiter nach Hause und schlägt den Cut aus. Ja, so kann man halt auch sehr viel Aussage in einem Porträt haben. Aber neben Claudia Schiffer hat auch noch ganz viele andere berühmte Personen, Porträt, wie zum Beispiel Madonna, Carla Bruni, Joni Forster, Anne-Sophie Mutter, Gianni Versace hat auch fotografiert, Ben Kingsley und, und, und. Auch Helmut Kohl hat es in die Liste geschafft. In den 90er Jahren beschäftigt er sich dann mehr mit avantgardistischer Modefotografie und das auch ganz gerne im Umkreis von seinem Haus in Monte Carlo, aber natürlich geht er auch woanders hin zu fotografieren. Auch nach Berlin und sonst wohin. Auftraggeber sind weniger jetzt die Zeitschriften, sondern immer mehr die Modedesigner oder generell Hersteller selber. Mit Yves Saint Laurent hat er ja viel zusammengearbeitet, Chanel macht er jetzt auch, aber auch der Kaffee-Rest der Lavatze ist auch eine seiner Auftraggeber. Immer mehr kommt er auch in die Kunsthallen rein, also es werden immer mehr Bilder auch von ihm in Galerien und auch Museen ausgestellt, was generell in den 90er Jahren für Fotografen eher dann mehr ein Novo warnt. Also auch so sein Kollege Peter Lindbergh haben da vermehrt Einzug in Galerien und Museen gefunden, aber auch auf dem Kunstmagas. Seine Bilder wurden dann auch für recht viel Geld gehandelt. In der Zeit gibt er weitere Ausgaben seines in den 80er Jahren gegründeten Magazins heraus und veröffentlicht auch weitere Bildbänder. Eins zum Beispiel mit Polaroids, die er während seiner ganzen Schaffenszeit verwendet haben und seine Komposition schnell zu überprüfen. 1999 kam dann sein Bildband Sumo raus mit über 460 Seiten der größte oder einer der größten Bildbände überhaupt. Übrigens, die ersten 100 Ausgaben wurden handsigniert von Helmut Newton und die allererste Ausgabe wurde auf einer Charity-Versteiger für über 600.000 D-Mark. Anlässlich seines 80. Geburtstags gab es vom Jahr 2000 eine große Retrospektive in der Neuen Nationalgalerie in Berlin, die daraufhin auch international tourte. 2002 kam dann auch noch seine Autobiografie heraus. Ich werde jetzt noch auf ein Bild zum Schluss in sein Werk kommen und zwar in der späten Phase und zwar hier Leaving Las Vegas aus dem Jahr 1998, wo erstmals auch so eine Art Todesentafan auftauchen. Also man sieht auch eigentlich, dass es ein Lichter Tag ist. Die Wolken sind ja auch unterschiedlich schattiert, aber hinten zieht es schon düster auf. Es ist verwackelt, es ist nicht richtig scharf. Man erkennt zwar so grob die Straße, aber man sieht, dass die Straße in so etwas Dunkeles hineingeht. Also für mich eindeutig ein Zeichen einer Todesmetapher und das auch vielleicht als Vorbereitung auf seinen Tod. 2004, am 23. Januar, hat er dann einen Herzinfarkt am Stall seines Autos und dann steppt er daraufhin im Krankenhaus. Vielleicht noch kurz zum Schluss. Es gab natürlich auch so ein bisschen Kontroversen mit den ganzen Akten über Heimeknuten. Er war ja selber eigentlich immer sehr am Zahn der Zeit und hat auch die revolutionären Bewegungen mit aufgenommen in seinen Werken. Aber in den 70er Jahren vor allem haben Personen aus der Frauenbewegung seine Akte oft auch eher als anstößig und unpassend empfunden. Naja, sie waren ja auch schon sehr instrumentalisiert. Es gibt also Werke, wo er schon recht, ja, interessante Konstruktionen gebastelt hat und das halt in seinen Maso-Fetischismus auch eingebettet hat. Und das kam natürlich nicht bei allen gut an. Er selber hat gemeint, er sei Feminist und ich würde es jetzt auch ehrlich gesagt dabei stehen lassen, denn Leben tut er nicht mehr. Fragen können wir nicht mehr. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und war auch informativ. Ich habe mich mit diesem Bildband vorbereitet. Da stehen nämlich auch ein paar Texte drin und Legacy. Da ist ein ganzes Leben versucht abgebildet zu werden. Wenn ihr wollt, schreibt gerne Kommentare und tschüss, bis den Tag.